Hi, ich bin Dennis und auch ich bin Mitglied bei Deutschlands Trauerrednern. Und auch ich habe mich tatsächlich für das Saphir-Paket entschieden, auch wenn ich ein bisschen darüber nachdenken musste, was dann das richtige Paket für mich sei. Aber für mich war eigentlich klar, das Saphir-Paket hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Und konnte auch tatsächlich, das ging auch relativ zügig, das kann ich auch bestätigen, innerhalb kürzester Zeit relativ viele Anfragen generieren. Was mich natürlich extrem gefreut hat. Und wenn ich irgendwelche Fragen hatte und mich an die Betreiber des Portals gewandt habe, ging das wirklich wunderbar schnell. Die Kommunikation war extrem freundlich. Also ich persönlich kann es auch nur weiterempfehlen jedem, der dann auch am Überlegen ist, welches Paket denn das richtige für ihn ist.